Moin, hey, cool, dass du auf meine Seite gekommen bist, sehr geil. Und warum bist du hier? Ich glaube nicht, dass das Schicksal war, vielleicht auch schon, ist ja auch egal. Nein, ich glaube, du bist hier, weil du mit Instagram Geld verdienen möchtest. Und ganz ehrlich, das ist genau das Richtige, denn mit Instagram Geld verdienen ist nicht nur einfach, sondern es kann wirklich einfach jeder. Es geht schnell, es ist einfach so, hört sich jetzt ein bisschen doof an, aber es kann verdammt nochmal jeder, wenn man die Strategien einfach nur umsetzt. Jetzt höre ich mich schon an wie so ein Guru und du denkst dir bestimmt, boah, wieder so einer, der mir jetzt irgendwas erzählen will, dass ich schnell reich werde, dass ich bald einen Sportwagen fahre und so weiter und so fort. Und ich kann dir schon mal sagen, nö, das bin ich nicht. Ich bin ein ganz normaler Typ, der von zu Hause aus, aus dem Kinderzimmer noch, sein Geld verdient. Ich bin 19 Jahre jung und du siehst hier meine Einnahmen. Und wie du schon siehst, es sind keine Millionenbeträge, es sind keine riesigen Beträge. Seit Dezember sind es immer über 2000 Euro gewesen. Februar ist noch nicht ganz vorbei, da können wir noch ein bisschen was rausholen. Aber du siehst ja auch, bis Oktober habe ich fast nichts verdient. Und wieso? Weil ich einfach die Strategien angewendet habe, die jeder macht. Die von YouTube oder wo auch immer. Und das funktioniert einfach nicht ganz einfach, weil es jeder macht. Und ich möchte dir jetzt einfach mal die Frage stellen, wie du siehst. Ich würde nicht sagen, dass ich reich bin, ich würde aber auch nicht sagen, dass ich arm bin. Ich verdiene damit schon ganz gut, es funktioniert und ich weiß, wie es funktioniert. Und dieses Wissen möchte ich weitergeben. Und ich würde dich jetzt einfach mal fragen, was glaubst du, was ich kann, was du nicht kannst? Was für eine Fähigkeit bringt mir im Monat 2000 Euro, die du nicht hast? Und ich kann dir sagen, was es ist, es gibt da keine. Denn alles das, was du wissen musst, erkläre ich dir hier in diesem Videokurs. Alles, was du brauchst, von A bis Z, Schritt für Schritt, genau das, was ich mache, kannst du nachmachen. Und ich will dir gleich eine Sache sagen. Und zwar habe ich zwei Systeme und das erste läuft vollkommen passiv. Das heißt, du kannst wirklich, wie man immer so schön sagt, im Schlaf Geld verdienen. Du stehst morgens auf, guckst auf dein Handy und du siehst, wow, geil, neue Einnahme. Hierfür, und da bin ich ganz ehrlich zu dir, ist es so, dass du natürlich nicht sofort passiv Geld verdienst. Also wer glaubt, man könne nach einer Woche sofort passiv Geld verdienen im Monat 2000 Euro, der liegt hier leider vollkommen falsch. Nein, da musst du natürlich am Anfang erstmal ein bisschen Arbeit reinstecken. Was heißt Arbeit, 20 bis 30 Minuten am Tag. Das heißt, am Anfang bist du wirklich aktiv auf Instagram unterwegs, findest Kunden, wie du das machst, zeige ich dir. Und das sind nicht nur irgendwelche Standardstrategien, wie irgendwelche Leute anschreiben, sondern wirklich, wie du Leute findest, die wirklich Bock haben auf dein Produkt. Und wie du auch, ja, es schaffst, dass Leute auf dich zukommen. Das heißt, Leute schreiben dich an und fragen, hey, wie machst du das? Hey, kannst du mir ja weiter, hey, kannst du mir was erklären? Und das ist natürlich für dich der riesige Vorteil, weil du dir eine Mordsmenge Zeit fasst. Und das natürlich auch. Und natürlich gar keine Frage, wie du verkaufst. Wie verkaufst du im Chat, wie verkaufst du am Telefon? Du kannst natürlich auch telefonieren, braucht natürlich gar keiner. Aber am Anfang reiht es vollkommen aus, wenn du erstmal über Chat verkaufst. Das heißt, du brauchst deine Stimme nicht, brauchst gar nichts. Du brauchst einfach nur zwei Finger, mit denen du deine Handytastatur sozusagen bedienen kannst. Und genau dafür habe ich dir ein Skript geschrieben. Das heißt, neben diesem Kurs, wo ich dir das erkläre, habe ich dir ein Verkaufsskript geschrieben. Und warum? Damit du die Nachrichten einfach nur kopieren kannst. Das heißt, das ist ein E-Book. Du kannst dir die Nachrichten einfach kopieren, kannst sie bei deinem Instagram einfügen für deine Kunden. Und du musst die Sachen einfach nur nachmachen. Damit mache ich es dir so einfach wie möglich. Denn wie gesagt, Copy and Paste und das Ding sitzt. Einfacher wird es einfach nicht mehr. Und du findest im Videokurs und auch im Verkaufsskript wirklich alle meine Verkäufertricks. Alle schmutzigen Geheimnisse sozusagen. Auch ein paar verblüffende Strategien, auf die man so von alleine gar nicht kommt. Die ich auch aus Büchern gelernt habe. Aus Seminaren, aus Webinaren, alles drum und dran. Und das gebe ich dir hier alles in diesem Kurs komprimiert und vor allem einfach zusammengefasst. Und zwar so einfach, dass du die Sachen theoretisch einfach nur kopieren musst. Was bekommst du noch? Du bekommst von mir wie gesagt das Skript, die Erklärvideos und du bekommst eben auch die Möglichkeit mit mir zu chatten. Du bekommst meine Nummer, kannst mir also immer Fragen stellen und so weiter, dass du einfach niemals alleine gelassen wirst. Die nächste Sache ist, hey, was würde es dir denn bringen? Nächstes Experiment sozusagen. Was würde es dir bringen, wenn du wirklich gut verkaufen kannst? Was würde dir das bringen? Ganz einfach, du kannst, wenn du verkaufen kannst, es bringt dir eine Mordsmenge Geld. Und genau darum geht es ja. Wir wollen hier mit Instagram Geld verdienen. Und ich will jetzt hier gar nichts so tun, als würde ein 9€ Kurs dein Leben verändern können. Aber Verkaufen ist eine Sache, die du natürlich auch später auch brauchen wirst. Das heißt im Beruf oder wenn du dich irgendwo vorstellst, denn theoretisch verkaufst du dich den ganzen Tag. Bei deiner Freundin, vor deinen Eltern, vor deinen Freunden, was auch immer. Wenn du eine Freundin hast natürlich nur. Oder einen Freund natürlich, vollkommen egal. Oder was es da auch alles gibt. Du weißt, was ich meine. Und als nächstes kommt die Sache, denn das ist das, was mein Kurs oder was unsere Zusammenarbeit auszeichnet. Du bekommst, wie schon gesagt, meine private Nummer. Das heißt, du kannst mich jederzeit erreichen, kannst mir jederzeit Fragen stellen. Denn damit möchte ich dich einfach unterstützen und es hat für dich den Vorteil, dass du niemals alleine gelassen wirst. Und genau deswegen habe ich auch eine WhatsApp-Gruppe aufgemacht. Und in dieser WhatsApp-Gruppe sind über 70 Leute drin. Also derzeit, vielleicht sind es jetzt auch schon ein paar mehr, wenn du das Video siehst. Und wir uns einfach unterstützen. Das heißt, es ist ja wirklich eine Teamarbeit. Wir arbeiten zusammen. Und genau, das ist die Sache. Und jetzt habe ich noch eine Frage an dich, bevor ich zum letzten Punkt komme. Und zwar fragen mich immer viele, hey, warum oder funktioniert das denn wirklich? Und ich frage immer zurück, warum sollte das nicht funktionieren? Wenn du motiviert bist und wenn du die Sachen einfach nur umsetzt, die ich dir zeige, warum sollte es nicht funktionieren? Und selbst wenn es nicht funktionieren sollte, weil es irgendein Problem gibt, schreib es mir bei WhatsApp. Wir setzen uns zusammen hin und schauen, okay, wo ist das Problem? Und finden natürlich auch eine Lösung. Jetzt die letzte Sache, okay, warum verkaufe ich diesen Kurs für 9 Euro? Wieso verkaufe ich einen Kurs und meine persönliche Unterstützung für 9 Euro? Seien wir mal ehrlich, das ist natürlich kein Geld. Jetzt könnten wieder Gurus sagen und die erzählen, ja, ich mache das, weil ich die Menschen so liebe. Und ich will was zurückgeben. Ich mag alle Menschen und ich will einfach dir was zeigen. Und ich habe dich ja so lieb und bla bla bla. Nein, Butter bei die Fische. Übrigens, ich wollte diesen Fisch hier unbedingt in diese Präsentation mit einnehmen. Und deswegen der Spruch, Butter bei die Fische oder Hand aus Herz, wie man das auch immer sagen möchte. 9 Euro ist nichts. Und nur, dass du Bescheid weißt, wenn du nicht von mir kommst, sondern eine Affiliate von mir, die hier sozusagen angeworben hat, der Affiliate bekommt 99% Provision. Das heißt, ich verdiene hier dann theoretisch gar nichts oder ein paar Cent. Und es ist einfach so, wie es ist. Ich mache das aus allen oder aus zwei Gründen. Der erste Grund, natürlich freue ich mich, wenn ich eine Nachricht bekomme, wo mir jemand schreibt, Hey, yo, cool, vielen Dank, hat mir super Spaß gemacht. Ich habe auch schon meine ersten Einnahmen verzeichnen können. Das macht mich natürlich stolz und darüber freue ich mich auch. Aber ich möchte auch gar nicht um den heißen Freien herumreden, sondern dir auch den wahren Grund oder den zweiten wahren Grund sagen. Und zwar möchte ich mir ein Team aufbauen. Ein Team aus Leuten, die wirklich Bock haben, Affiliate Marketing zu machen. Und die möchte ich zu meinen langfristigen Partnern machen. Mit dir also wirklich lange zusammenarbeiten. Und dir dann eben auch die Möglichkeit geben, nicht nur einen 9-Euro-Kurs weiter zu empfehlen, sondern auch noch andere Kurse von mir, die eben mehr Geld kosten. Das heißt, es ist eine Win-Win-Situation. Du lernst zu verkaufen. Du lernst dir eben auf Instagram Affiliate Marketing aufzubauen. Das heißt, du profitierst eben von den Provisionen. Und ich profitiere auch von den Provisionen. Weil wenn du Geld verdienst, verdiene ich auch Geld. Das ist also eine Win-Win-Situation. Und genau deswegen möchte ich mir mit diesem Kurs hier möglichst viele Partner aufbauen. Dich einfach sozusagen an mich heranführen. Und dir einfach zeigen, dass es wirklich funktioniert. Und natürlich möchte ich damit auch mit einem guten Ruf aufbauen. Weil ich weiß, dass diese Strategien funktionieren. Ich weiß, dass es funktioniert. Wenn die Leute bereit sind, das umzusetzen, dann funktioniert das. Und die Leute sollen einfach sehen, hey, weil Gurus oder dieses ganze Internet-Game, sage ich mal, hat ja einen schlechten Ruf. Aber damit möchte ich einfach zeigen, hey, es funktioniert. Und deswegen die 9 Euro. Genau. Wenn du noch Fragen hast, irgendwas sein sollte, melde dich einfach bei mir auf Instagram. Kriegst du eine entspannte, persönliche und individuelle Nachricht. Also keine Bot-Nachricht oder irgendwas vorgeschriebenes. Also wenn es irgendwas gibt, schreib es mir einfach. Ich freue mich auf die Nachricht. Und ich hoffe, dass wir uns im Kurs sehen. Und wie gesagt, bei Fragen einfach melden. Und dann hören wir voneinander. Ciao.